Reichen Prinz William und Kate Harry endlich die Hand? Bereits seit Jahren herrscht im britischen Königshaus dicke Luft. Die Kritik von Prinz Harry an seiner Familie soll einer der Hauptgründe sein. Vor allem sein Bruder ist sauer und meintet angeblich jeden Kontakt. Doch genau das könnte sich jetzt ändern. Der Autor Tom Quinn verrät, dass William und Kate einen Schritt auf Harry und seine Frau Meghan zugegangen sind. William und Kate haben vorgeschlagen, dass Meghan und Harry die Kinder mitbringen und dass die beiden Paare und ihre Familien versuchen, sich zu versöhnen. Kommt es jetzt etwa zu der lang ersehnten Versöhnung? Wohl eher nicht, glaubt Tom. Meghan würde die Kinder auf keinen Fall nach Großbritannien bringen. Der Vorschlag fügt nirgendwo hin. So schnell kehrt also keine Ruhe im Palast ein. Aber vielleicht ist der Vorschlag für die Royals ein Schritt in die richtige Richtung.